ja ich bin immer am licht so hier hoch beruhig dich junger beruhig dich du hast nichts gesehen wo muss ich überhaupt hin hier da drieben hin er ist schon tot da bist du mit deiner fackel da ist noch einer ja blöd ne nein okay ich dachte wir kommen darüber ich könnte natürlich auch ein feierkild machen aber irgendwie habe ich das gefühl wie brauchen wir noch ich damit glaube ich oft genug falsch lege und am ende dann noch genug zeug habe nein nein was war das jetzt ich habe nichts anderes gemacht wie vorher oder bin auch genau den selben weg gelatscht so not good okay vielleicht sollte ich warten not good not good komisch jetzt hat mich keiner gesehen es wird etwas geschehen muss ich überhaupt lang ich weiß nicht ach ja nein ach er da kommt jetzt her okay okay das heißt er möchte gerne mal ja ja habe ich ihn jetzt wenigstens headshot verpasst okay das hat erstmal gut funktioniert er ist auf der suche die könnten eigentlich sie sieht er mich hier uha okay ihr könnt dann auch irgendwann fortsetzen und ich kann ja glaube ich da drüben rein da sieht er mich ja dann auch nicht ich muss mal gucken wann der andere typ da wieder kommt auf alter achso shit 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 aber wir haben ja den einen typen schon mal weg dann kann das auch gut sein wenn ich da drüber wenn ich rüberspringe dass die das dann hören aha jetzt ging's komisch oh wie nett was du gleich hier ankommst so bevor der andere typ hier ihn sieht mal schön hier in die schatten werfen schlub weiter geht's ich weiß halt nicht wann er kommt hallo hallo okay da ist keiner jetzt ist er da okay jetzt ist er hier okay einmal hinterher ich hoffe ihr wartet nicht noch irgendwie nach kann den fluss bis hier her riechen yeah es läuft wieder es läuft wieder langsam aber sicher okay ja hier können wir lauter geräusche machen ich hab da irgendwas blinken sehen ach da hm 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 gut da oben gucken naja ich wette mal die Kombination kriegen wir aus den Schriften die wir finden aber da ich ja da eh nicht reingucke war es auch sehr seltsam ist sonst lese ich mir nämlich eigentlich immer alles durch aber die Leute die meine vorherigen Let's Plays gesehen haben wissen das ja gerade bei Daylight gab es auch viel zu lesen normalerweise will ich das ja auch alles mitnehmen und erfahren was da ist aber irgendwie ich weiß nicht bei dem Spiel guckt mich das nicht so so hm hm können wir hier hoch ja kann ich hier hoch hup okay ich hab ja hier irgendwo hä ich hatte doch hier irgendeine Markierung gesehen gehabt oder war das hier? nein kann ich hier vielleicht bitte mal so auch nicht hä okay man sollte manchmal auch einfach nur weiterlaufen hm 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 ich wollte gerade sagen Sarg aber alter alter was ähm da ist schon wieder so ein Gollum eh geht's jetzt wieder ein wenig in die Horrorschiene rein hm 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 obwohl das wär scheiße weil die können wir ja eh nicht kalt machen hm 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 oh nein ich hör's doch schon wieder genau wie in der Heilanstalt die Urkraft hat sie verändert Aaron hat sie verändert ich muss Orion schnellstens aufhalten ach da drüben ist doch ein wunderschöner Ausgang warum müssen wir jetzt da hin okay ich muss ah Mahlzeit lass dir schmecken ähm ach so scheiße muss er hier ganz ganz langsam sonst hören die mich ja ich hab's vergessen okay er kommt da wieder runter ähm wir müssen da hoch na super ähm ich hoffe er kommt nein okay mal danke die Geräusche eh ich glaube wenn man sich das eine halbe Stunde antut dann ist ja echt schlecht sooo was echt seltsam ist weil äh wenn ich zu laut schleiche hören die mich aber wenn hier eher so ein fettes Tor aufmacht hören die nicht juckt die nicht soo wir sind drinnen wow scha- äh 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 ich wollte gerade sagen ich hoffe hier kommt nicht wieder eine Falle dass natürlich das aus diesen scheiß Rohren rauskommt ich wüsste jetzt aber auch nicht ich klar ich versuch mal was oh was haben wir denn hier ah ja klar hier ist doch schon wieder so ein Zeichen dass ich hier lang muss oder hier geht aber ordentlich hoch alter oder habe ich mir bloß zu lange Zeit gelassen das kann natürlich auch sein okay also kann ich das nicht eben im Schwung durchdrehen hat es mir jetzt was gebracht hallo äh ich hasse das so so die Herrschaften hier auch ja na auch geil jay da will ich ja auch rein äh 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 ah okay sorry sorry ich hätte zu gern den Bergkrieg des Barons angezündet oh Schwung gehabt äh 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 ist das dein Liebhaber ist das dein Liebhaber oder was schmoddeliger Junge und äh 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 da komm ich hin Was? Für die gibt es keine Rettung mehr. Du hast gesagt, dass du mal herst. Lass uns zurückgehen. So. Die Räume. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Scheiße. Kann ich hier auch einen Doppelkill machen? Das wäre nice. Da war nichts. Da bin ich mir nicht so sicher. Fuck. Okay. Na, komm. Er will wieder nicht runter, ey. Oh, 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 oh. Scheiße, wo sind die jetzt? Ah, toll. Hier kann ich gar nichts sehen. Fuck. Diese bohrenden Kopfschmerzen. Ich sehe kaum, wo ich nicht schieße. Ist das jetzt nicht schlecht? Wo ist denn der andere hin? Alter. Das kann doch nicht die Schwermut sein. Doch. Na ja, eigentlich eher nee, weil dann wäre ich ja die Schwermut. Das ist ja in dem Spiel anscheinend scheiße. Oh, ihn haben wir weg. Ah, ich musste hier sogar hin. Durch da, Junge. Na ja, wieder an so einem scheiß Balken vorbei. Wo ich echt sagen muss, den Balken hätte es jetzt nicht wirklich gebraucht. So, wir haben immer noch wenig Energie, aber ich gucke mal, wie weit ich hier ohne Einsatz von Nahrung komme. Und ich dachte eigentlich, ich hätte mir genug mitgenommen, aber er hat ja leider nicht mehr auf Lager gehabt. So, ich hoffe bloß, jetzt kommen die hier nicht wieder gleich hier nach rein. Das war eigentlich das letzte Mal so. Das ist doch vor allem mal hier gleich hier nach Stand. Nö, aber vorsichtshalber. Götzenversteck. Na, wir kommen der Sache doch langsam näher. So, hier kann ich mich drin verstecken, falls wieder was ist. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Aaron ist hier, das spüre ich. So, kriege ich das Licht aus? Ich versuche es einfach mal. Glück gehabt. Ist das schon mal ein kleiner Erfolg? Aha, ist das, ist das? Es ist nichts. Gott. Aber das wusste ich auch noch nicht, dass man hier so lahmarschig rüberkraxeln kann. Hier an dem Scheißvogel vorbei. Hm. Oha, da läuft noch einer. Er hat uns aber nicht gesehen. Schwein gehabt. Ich fühle mich nicht besonders. Hm. Okay, ich riskiere es mal wieder. Und wir können Ruhe stocken. Ich hoffe, wir finden Nahrung. Die werden mir doch jetzt hoffentlich nicht auf den Sack gehen, oder? Hm. Taf voll. Stehen wir wieder auf, Junge, hier. Ah, super. Ja, ja. Hey, hier haben wir doch noch was. Oh, oh. Nein. Na super, das sind drei. Nein, nein. Guck mal aus den scheiß Scherben raus. Schwein gehabt. Hier komme ich aber nicht... Oh, 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 oh. Okay, notfalls kann ich noch da rein. Hm. Genau, geht wieder auf eure Posten. Fuck. Okay, die gehen wieder zurück. Schwein gehabt. Das war ganz knapp gewesen. Okay, hier steht keiner mehr. Wenn ich ihn finde. Da oben ist ja auch noch einer. Fuck. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein. Och, leck mich. Wo muss ich mich überhaupt hin? Ich glaube da hinten, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Schade. Aber bei den vielen Gegnern hätte ich auch mit voller Energie kaum was ausrichten können. Dafür bin ich einfach zu schlecht im Ausflächen. Ich meine, es muss ja irgendwie gehen. Es ist mir aber noch nie gelungen. So, kann ich jetzt hier ganz langsam. Ohne. Okay, die gehen wir jetzt zurück. Aber ich kann ja so lahmarschig gehen, wie ich will. Ein Königreich für einen Kaffee. Du weißt gar nicht, wie sehr du leidest, bis er dich geheilt hat. Okay. Okay, okay. Hier haben wir sogar noch ein bisschen was. Schön. Nein, Alter. Der Kackvogel. Aber, nein, und ich kann hier nicht speichern, oder was? Jetzt muss ich hier echt so lange warten, bis der Vogel sich beruhigt hat. Darf ich jetzt? Nein, der Vogel ist immer auch am rumkrakehlen. Ist er jetzt ruhig? Darf ich jetzt? Jetzt darf ich wieder. Wunderbar. Ach, dieser Vogel, ey.